Wie muss ein Gesundheitssystem aufgebaut sein, um möglichst allen Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewährleisten? Wie funktioniert internationale Gesundheitspolitik? Was bedeutet konkret das völkerrechtlich verbriefte Menschenrecht auf Gesundheit? Und was kann ich selber tun? Das Schwerpunktcurriculum Global Health des Fachbereichs Medizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen wurde 2011 ins Leben gerufen. Es gibt Studierenden in ihrem klinischen Studienabschnitt die Möglichkeit, sich mit internationalen und interkulturellen Aspekten von Gesundheit, Medizin und ärztlichem Handeln auseinanderzusetzen. Der Schwerpunktcurriculum Global Health, ja, das habe ich in Gießen an der Universität absolviert und ursprünglich war mit dem Gedanken angefangen, in die Entwicklungsarbeit zu gehen, stelle aber tatsächlich auch hier fest im Berufsalltag, dass ich die dort gelernten Skills wie interkulturelle Kompetenzen oder aber auch was soziale Hintergründe für eine Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen hat, hier regelmäßig im Berufsalltag anwenden kann. Über einen Zeitraum von vier bis sechs Semestern befassen sich die Studierenden mit verschiedenen Themen und Aspekten, die in ihrer Gesamtheit Global Health ausmachen. Was meinem SPC sonst noch gefällt ist, neben den interessanten Fächern, dass wir auch eben über Geschichte und Politik reden. Fächer, die in unserem sonst sehr naturwissenschaftlichen Studium eigentlich zu kurz kommen. Also ich habe angefangen mit dem SPC Global Health, weil ich ins Ausland wollte und dann ist mir bewusst geworden, dass Global Health auch hier in Deutschland von großer Wichtigkeit ist. Vielen Dank. Hier ist es wieder eine gute Idee. Vielen Dank. Wenn ihr euch in unserem Spiel bin, wirst du viele Ätherst我们 in dericas Everyone Wir machen uns die Pfeil von der Jahre zusammensivator und die ersten Raum, wir kommen uns zu herbivoren. Sie machen uns zu vermayım. Wir machen uns das Wichtigste. Das ist die Idee von der Weise. Wir machen uns auch ein wenig Zeitungs lightest, wir nehmen uns die Upper Tradition und Und vielleicht im Ans package ein wenig Zeitung und wir machen uns gut gibt. Wir machen uns, dass wir die Idee über Angebeind Cort ist das und wir schauen. Ich muss das. Vielen Dank.